Was ist da eigentlich mit seinem Rock los? Also, ist ja kein Rock, aber sein... Was ist hier los bei dir? Ist windig. Okay. Okay, wir machen uns jetzt auf dem Weg zu Dogan, würde ich denken. Wir kriegen da hoffentlich Hinweise auf unseren nächsten Ons-Mitglied. Und dann gucken wir mal, was wir heute machen können. Was wir schaffen. Wir müssen es jetzt tun. Ich bin bereit. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart. Und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Ascharkiah schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den kleinsten in Bagdad bis zu den größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist Recht schaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Träulung. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das können wir jetzt so einfach rein. Das... Ja, da, da. Das bin ich so absolut nicht in Ordnung. So rennen wir hier einfach rein. Ich habe richtig viel mitgeholfen. Habe ich gern gemacht. Können Sie hier Hilfe gebrauchen? Soda, wo ist dein Problem? Dogen. Dogen, ich erwarte einen vollständigen Bericht über deine Fortschritte in dieser Woche. Al-Ashma interessiert sich besonders für den Fremden, der kürzlich in Jarjaya Frage stellte. Ich schlage vor, du gibst dir besonders viel Mühe, um Antworten zu liefern. Um deiner selbst willen. Al-Ashma... Ashma... Schätzt es noch viel weniger, als ich, enttäuscht zu werden. Wir erwarten dich wie gewöhnlich in Nadine, der Befehlshaber in Asch... Ja. Ja, es ist mit diesen... Wir sind ganz viele Katzen. Diese Ortschaftsnamen und so, das ist immer nicht so einfach. Wir sind Pferde, ich gehe davon aus, wir reiten gleich weiter. Okay. Der ist einer, der sich die ganze Zeit so freut, ne? Der ist superlaut. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Dohan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte ihm Nadine, der Befehlshaber, in Ascharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Aroch und El-Ashma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadine und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadine, der Befehlshaber in Ascharkia. Schnellweise nicht verfügbar, sobald ich im Sperrgebiet bin, oder? Ich habe gerade tatsächlich fünf Fokusbalken voll. Ich würde mal versuchen, ob ich es hinkriege, mit einer Fokusladung, äh, also fünf Leute zu töten. Es wäre nämlich eine Trophy. Aber mal gucken, was ich jetzt hier antreffe, in der Situation. So, ich bin schuldig. So, ich bin schuldig. So, ich bin schuldig. Da sind drei. Wieso markiert es die nächste? Sind das keine Wachen? Wieso markiert es die nächste? Sind das keine Wachen? Wir haben ja nach dem Vorfall. Jetzt sind noch mehr. Es ist ja gar nicht mal so wenig los. Das war's. Das war's. Ich sehe aktuell jetzt nicht spontan irgendwie eine Option, alle fünf auf einmal zu töten, tatsächlich. Fünf Leute mit Fokus zu töten, meine ich. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie noch einen Weg finde, das hier vielleicht umzusetzen. Ich bringe hier meine Schulter für Sie bei. Hey, was ist da los? Was? Ja! Hier sind nur drei. Ich bräuchte fünf. Ich könnte sie ja... Oh, ich könnte ja welche anlocken. Macht hier keinen Sinn oder hier sind nur zwei? Wie? Wie? Was ist das Problem? Warum steht der auf der Falle und nichts passiert? Ich glaube, hier wird das gerade nichts mit dem... Was ist das Problem? Nein, ich will uns jemanden noch mehr Arbeit machen! Was geht hier vor? So ein Irrer wird uns anrufen! Na ja, machen wir es erst mal so. So ein Irrer wird uns anrufen! 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 Hallo Owen, schönen guten Nachmittag, Abend. Ich habe nur ein Wurfmesser. Das ist natürlich ärgerlich. Mein Ziel ist tatsächlich auch, das auf Platin auch irgendwann zu spielen. Aber das mache ich dann offline. Oh, ich habe ja drei Heilungen. Ich habe auch ein Wurfmesser, aber ich habe noch eine Läge dafür gemacht. Ah! Nimm dich her! Ich ziehe mich! Das war jetzt nicht so ganz, wie ich es geplant hatte. Hallo Nico. Ich wollte es eigentlich gern lautlos machen. Ah, okay. Owen, du hast ja die Story durchgespielt, ne? Ich bin jetzt gerade nachverforschungstechnisch hier. Kann ich hier irgendwie rauszoomen? Okay, weiter geht nicht. Also ich bin jetzt hier schon, ähm, hier. Kannst du ungefähr einschätzen, ohne Spoiler, wie lange ich für die Story, nur Story, noch brauche? Kannst du das irgendwie beziffern? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Soll ich bald nur Game Plus? Permadeath, das würde ich auf jeden Fall nicht spielen. Da komme ich nicht weit mit Permadeath. Wobei, so oft bin ich, glaube ich, gar nicht gestorben. Und ja, die Capture Card hat gerade schon wieder zu tun. Also das ruckelige, ruckelige, kommt von der Capture Card. Die ist schon etwas älter und die ist eher auf 30 FPS ausgelegt. Dementsprechend ist es manchmal ein bisschen laggy. Warte, ich kann noch mal zeigen. Also ich habe, ich bin quasi gegen den Uhrzeigersinn, quasi alles erledigt. Und bin jetzt schon, also ich bin am letzten Bruderschaftshaus und mache da jetzt quasi gerade die Quests. Die mit Ali. Rein theoretisch, der einfache Gedanke von mir sagt, ja, ich habe dann hier gleich noch irgendwie einen Boss oder sowas. Mit einem Hinweis auf den Ordensführer und dann weiß ich, wer der Ordensführer ist. Aber kann natürlich sein, dass hier noch so ein paar kleine Quests kommen. Ähm, aber ja. Ich werde jetzt on stream, ähm, die Story durchziehen und dann mache ich offline die Platin. Ganz entspannt, ganz gemütlich. Auf der Couch. Die dauern nicht so lange. Ja okay, so ungefähr dachte ich mir das. Aber dann sollten wir das relativ zügig schaffen. Warte mal, ich habe hier Werbung. Weg, geh weg. Okay, aber dann dachte ich halt so richtig ungefähr. Dass es gar nicht mehr so viel ist, was mir noch fehlt.